Hallo ihr lieben Leute, ich bin die Alexandra, ich bin 29 Jahre alt und studiere an der Fachhochschule St. Pölten Diätologie im vierten Semester. Heute darf ich euch unser Projekt EXITE vorstellen, welches wir im Rahmen der Vorlesung Projektmanagement ins Leben gerufen haben. Die Buchstaben stehen für Student in the Professional Teaching Experience. Worum es dabei genau geht und wie das Projekt zustande gekommen ist, erklären euch jetzt unsere zwei Auftraggeberinnen. Auf der einen Seite der Diätologie Frau Haupt und auf der anderen Seite der Physiotherapie Frau Kieselka. Viel Spaß dabei. Heute trifft das Thema Ernährung auf das Thema Bewegung. Servus Anita. Servus Alex. In unseren Lehrveranstaltungen werden Themen unterrichtet, die in der Praxis interprofessionell relevant sind. Das bedeutet für beide Berufsgruppen Diätologie und Physiotherapie. Aus dem Grund haben ein Projekt ins Leben gerufen mit dem Namen EXITE, wo Studierende aus den beiden Studiengängen interdisziplinär Themen aufbereiten. Wir gaben den Studierenden den Auftrag, zum Thema Adipositas und Diabetes fachübergreifende Themen in kurzen Lehrvideos darzustellen. Und das soll unsere Studierende dazu auf die Praxis vorbereiten, denn dort wird interdisziplinär am Patienten, an der Patientin in beiden Gruppen Hand in Hand gearbeitet. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020